Mein Name ist Denise Sack. Herzlich Willkommen bei stich.tv mit 90 Sekunden. Online oder offline mit Freunden? Offline. Eyehills oder Sneakers? Mal so, mal so. Dein Lieblingsessen? Oh, weiter. Was dürfen deine Eltern nicht über dich wissen? Da gibt es eigentlich nichts, was meine Eltern nicht wissen. Morgens im Bad brauche ich? Eigentlich gar nicht lange. Würdest du eher auf Sex oder auf Musik verzichten? Schwierige Frage. Facebook oder Instagram? Instagram. Lieber für immer taub oder stumm? Stumm. Bei welcher Fernsehsendung schaltest du sofort weg? Weiter. Ein Wort, mit dem deine Freunde dich beschreiben würden? Crazy. Bist du eher Tag- oder Nachtmensch? Tagmensch. Welchen Drink bestellst du dir, wenn du feiern willst? Gin Tonic. Wessen Gedanken würdest du gerne hören können? Uh, von sehr vielen Leuten. Mit wem würdest du dich niemals bedrinken wollen? Weiter. Welches Getränk bestellst du dir immer zum Essen? Wasser. Wie meldest du dich am Telefon? Hallo? Würdest du lieber wissen, wann oder wo du stirbst? Ähhh, wo ich sterbe. Nenne eine andere Leidenschaft neben Tattoos. Wie bitte? Nenne eine andere Leidenschaft neben Tattoos. Zeichnen. Was hast du als letztes geklaut? Ich habe noch nie geklaut. Lieber große oder kleine Brüste? Große Brüste. Schöne? Ahh.